Fliegen ist für mich schon immer das Größte. Das Gefühl fälliger Freiheit. Da muss man sich zu 100% auf sein Material verlassen können. Das gilt fürs Fliegen und am Boden und bei Witzenmann sowieso. Maximale Zuverlässigkeit ist bei uns ein absolutes Muss. Deshalb beginnt unser Qualitätsmanagement bereits im wahren Eingang. Unsere Werkstoffe wählen wir passend für jeden Verwendungszweck. Mit Eigenschaften, die exakt zur Anwendung passen. Erfahrung, modernste Technik und fachübergreifende Kommunikation gestalten unsere Prozesse lebendig und effizient. Die Auswahl der Werkstoffe und das Engineering sind der Schlüssel zum Erfolg. Wir schaffen Innovatives und machen aus neu, normal. Die Auswahl der Werkstoffe und das Engineering sind ein Schlüssel zum Erfolg. Mit unseren Kunden entwickeln wir Produktlösungen zugeschnitten auf die jeweiligen Anforderungen. Wir sind der Entwicklungspartner, um Medien und Energie sicher zu leiten. Für Mobilität und Industrie weltweit. Seit mehr als 166 Jahren gestalten wir gemeinsam mit unseren Kunden technologische Zukunft. Wir setzen uns höchste Maßstäbe, wenn es um Produktqualität und Kundenservice geht. Ich bin Marius Retz und Teil der Witzenmann Gruppe.